hallo und herzlich willkommen jetzt erneut zum seidenraupen update ich wollte euch ja mal sagen wie die kleinen zeigen wie viel jetzt mittlerweile geschlüpft denn ich habe ja 1000 eier bestellt und wie man hier sehen kann es sind reichlich raupen jetzt wirklich geschlüpft und das hier sind die weißen überreste die übrig geblieben sind es sind doch nicht alle eier geschlüpft aber zu 80 prozent sind mittlerweile auch schon sehr viele geschlüpft guck gerade ob man hier auch schon sehen kann so hat es ja auch angefangen genauso mit den anderen raupen die ich vor vier wochen angezüchtet habe man sieht richtig diese fragspur mittlerweile diese verwüstet haben da sieht man wie viele raupen wenn es richtig viele sind wie viel die wegfressen können also das dauert meistens nicht lang ich guck gerade mal ob man die grafik vielleicht noch ein bisschen schärfer machen kann so ist es gut genau ich guck gerade mal ob man vielleicht sogar noch ein bisschen näher genau so könnt ihr euch das etwas genauer angucken guckt euch das an da sind über diese weißen überreste als zu sehen von den eiern wahnsinn dass aus diesen schwärzlingen mal so riesigen riesengroße raupen wären hätte ich nie für möglich gehalten also die kriegen auf jeden fall von mir heute wieder ein neues blatt zum fressen und dieses blatt ist nicht mal ein tag drin gewesen selbst hier auf der ecke guckt euch das an sind euch selbst auf der anderen seite richtig viele raupen richtig viele raupen richtig viele also das wird einen riesen seidenraupenzock noch mal am ende es wird noch mal richtig schlimm explodieren mitte september sind die auch so groß wie die jetzigen die ich jetzt gerade habe genau ich kann euch mal kurz die konkongs zeigen die die anderen seidenraupen jetzt schon produziert haben damit ihr euch da einen überblick machen machen könnt so hier sind die ersten konkongs die ich jetzt eingesammelt habe so ja das ist der größte konkong den ich jetzt mittlerweile habe und das tolle ist die sind noch nicht ganz reif die werden noch dicker versponnen und ja also das ist echt gut das sind schon mindestens mehr zehn konkongs die ich jetzt hier mittlerweile ja geerntet habe und was noch nachkommt da kommt ein richtig großer gewaltiger berg noch an konkongs ich bin schon gespannt was ich aus denen alle machen machen werde mal gucken also diese seite werde ich auf jeden fall schützen das steht für mich auf jeden fall schon mal klar ich werde 20 konkongs von den 200 konkongs aussortieren diese werden dann zur neuen verpaarung ausgereift also die werden die puppen da drin können sich ausreifen und dann zu modden werden ich brauche dringend auf jeden fall noch mehrere hunderte eier dann fürs nächste jahr deswegen muss immer wieder an die nachzuchten denken also die danach entstehen das ist ganz wichtig ich hoffe ich konnte euch hier kurz noch mal unterhalten in diesem video bis dahin bleibt gesund passt gut auf euch auf der gemüsegärtner ciao ciao ciao